Als erstes natürlich zu dieser Wahl des Bundespräsidenten, die nun bevorsteht und zu der Kandidatensuche. Sie wissen, wir, die Linke, haben eine Allparteienlösung gewollt. Wir wollten, dass sich alle Parteien auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen, dass wir eine entsprechende Veranstaltung durchführen, bei der dies möglich ist. Und dass damit ein Kandidat zustande kommt, ein Kandidat gefunden wird, der tatsächlich die gesamten Bürger der Bundesrepublik Deutschland integrierend vertreten könnte. Das, was jetzt passiert ist, ist das Gegenteil. Es wurden fünf von sechs Parteien zusammengerufen, die sich auf einen Kandidaten verständigt haben. Dabei wurden fünf Millionen Wählerinnen und Wähler in der Bundesrepublik Deutschland faktisch unberücksichtigt gelassen. Insbesondere auch in den neuen Ländern, wo sie wissen, dass wir eine sehr starke Partei sind. Aus meiner Sicht war das ein unwürdiges Geschacher, das da veranstaltet wurde. Der ein oder andere Name wurde ins Spiel gebracht, der dann wieder abgewunken hat. Das war der Bedeutung des Amtes in keiner Weise gerecht. Und dafür sind die verantwortlich, die das genau so wollten und durchgeführt hatten. Im Ergebnis zeigt sich nun, dass die FDP die Kanzlerin vorgeführt hat. Die FDP hat in dieser Frage geputscht. Denn es war deutlich, dass die CDU einen Kandidaten, den die FDP so vorgeschlagen hat, nicht akzeptierte. Das wurde auch in der Öffentlichkeit deutlich. Und die FDP hat der Kanzlerin ein Ultimatum gestellt. Die Kanzlerin hat es geschluckt. Die Kanzlerin ist eingeknickt. Nun hatten wir einen Kandidaten, den eigentlich zumindest die Kanzlerin nicht will. Und ob die Grünen und ob die SPD wirklich so glücklich sind mit ihrem Kandidaten, ist eine ganz andere Frage. Fakt ist aber, dass der kleinere Koalitionspartner, der zurzeit nicht mal im Bundestag vertreten wäre, dass der kleine Koalitionspartner sich an dieser Frage durchgesetzt hat und die Kanzlerin in einer unerträglichen Weise aus meiner Sicht vorführen konnte, Frau Merkel hat das mit sich machen lassen. Der Kandidat, der nun gefunden wurde, der passt zu den Parteien, die ihn ausgesucht haben. Er ist ein Verzeidiger dieses Finanzmarktkapitalismus. Die entsprechenden Parteien haben sich einen entsprechenden Präsidentenkandidaten gesucht. Sie wissen, Herr Gauk hat die Proteste gegen die Bankenmacht als albern bezeichnet. Er ignoriert damit eine breite Bürgerbewegung, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in ganz Europa und in der Welt. Und er stellt sich damit auf die Seite der Herrschenden. Ich denke, damit werden wir noch viel Freude haben. Er ignoriert die Bürgerrechtsbewegung unserer Zeit und hat zu dieser Frage eine ganz andere Position. Im Übrigen, Sie wissen, dass Herr Gauk für die Hartz-Gesetze eingetreten ist, dass er für den Afghanistan-Einsatzposition bezogen hat, dass er für die Vorratsdatenspeicherung und damit für die Einschränkung der Bürgerrechte eintritt. Er ist damit auch kein Kandidat der Linken. Wir haben uns heute in verschiedenen Telefonschaltkonferenzen verständigt mit den Vertretern der Gremien der Partei, sowohl dem Parteivorstand als auch den Vertretern der Länder. Denn die Länder stellen ja die insgesamt 125 Wahlleute. Und die zentrale Frage unserer Zeit ist ja die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die Frage, wie verhindert wird, dass ein Teil der Menschen, der Menschheit immer ärmer wird und ein ganz, ganz kleiner Teil immer reicher wird. Also die Frage der Auseinandersetzung auch mit dem Finanzmarktkapitalismus, wie Klaus Ernst das ja schon ausgeführt hat. Und wir haben nach der letzten Bundespräsidentenwahl häufig in Zeitungen die Formulierung gelesen, der Joachim Gauck wäre der Präsident der Herzen. Aus alledem, was Klaus Ernst gesagt hat, was wir mit den Vertretern unserer Partei besprochen haben, aus den inhaltlichen Positionen kann ich nur zusammenfassen, Das wäre ein Präsident der kalten Herzen und ist jetzt ein Kandidat der kalten Herzen. Wir haben in vielen Fragen, in denen sich Herr Gauck geäußert hat in letzter Zeit, ja gesehen, auf welche Positionen er sich konzentriert. Insbesondere kritisch sehen wir auch seine Positionen zu Fragen der Integration. Die Integration war ja das Thema, was der zurückgetretene Bundespräsident Christian Wulff versucht hat, als sein Thema zu formulieren. Herr Gauck hat, wie Sie sich erinnern, Herrn Sarrazin ausdrücklich gelobt. Er hat seinen Mut gelobt und er hat gesagt, er hat sich endlich mal getraut, Wahrheiten auszusprechen. Sie wissen alle, welche verheerenden Auswirkungen die Thesen von Thilo Sarrazin auch auf den Zusammenhalt der Gesellschaft hatten. Und darum nochmal meine Zusammenfassung. Der Kandidat der kalten Herzen wird jetzt wahrscheinlich ein Präsident der kalten Herzen werden. Wir werden uns am Donnerstag Nachmittag mit den Vertretern der Länder, mit dem Parteivorstand beraten. Und wir werden insbesondere über die Frage uns austauschen, ob wir, und das dann möglichst auch entscheiden, ob wir einen eigenen Kandidaten bzw. eine eigene Kandidatin aufstellen. Diese Frage behalten wir uns ausdrücklich offen. Wir werden natürlich prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Persönlichkeiten wir bitten könnten, für die Linke zu kandidieren. Das muss natürlich eine Persönlichkeit sein, die über das Spektrum unserer Wahlleute, also unserer 125 Wahlleute hinausreicht und mit Positionen, die der Zeit entsprechen, der sozialen Gerechtigkeit, auch Stimmen aus den anderen Wahllagern anzieht. Wir wissen ja, Herr Ernst hat das ja auch schon angesprochen, dass es ein großes Pokern gab, ein großes Tauziehen. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, als wären so etliche über ihre eigenen Beine gestolpert. Sie haben ja verfolgt, dass Grüne und SPD die Kandidatur von Herrn Gauck eigentlich in verschiedenen Äußerungen nur, ich würde mal sagen, pro forma, immer wieder in die Diskussion gebracht haben. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie selbst ein bisschen erschrocken waren, wie dann das Ergebnis war. Aber nun ist es, wie es ist. Also was uns betrifft, wir werden uns am Donnerstag beraten und werden dann auch natürlich Ihnen unsere Entscheidungen mitteilen. Und ich glaube, man ist auch gut beraten, wenn man jetzt nicht Hektik entwickelt, mit Namen jongliert. Und ich finde auch, dass einige der Menschen, die nun vorgeschlagen wurden, die auf dem Personalkarussell waren, es nicht verdient haben, durch so einen Mangel gedreht zu werden und dann mit dem Karussell wieder runtergeschubst zu werden. Das zu dieser Thematik. Ich möchte zu einem anderen Thema überleiten. Wir haben am vergangenen Wochenende in Dresden einen großen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Dem Bündnis Dresden Nazi frei ist es gelungen, zu verhindern, dass ein Neonazi-Aufmarsch in Dresden stattfinden konnte. Sie erinnern sich ja, in den vergangenen Jahren gab es darum, große Auseinandersetzungen. Die Nazis mussten nun die dritte Niederlage in drei aufeinanderfolgenden Jahren hinnehmen. Bereits am 13. Februar war es ja gelungen, eine Nazi-Demonstration, eine Neonazi-Demonstration in Dresden durch blockaden, durch friedliche Blockaden zu verhindern. Und ich fand es auch richtig, dass man trotzdem noch für den 18. Februar aufgerufen hat, um zu mobilisieren und auch deutlich zu machen, dass dieses Engagement gegen die Nazis auch von Dauer ist. Für uns als Linke, als Bestandteil des Bündnisses Dresden Nazi frei, war es ein großer Erfolg. Und ich finde auch besonders wichtig, wie groß und breit das Bündnis war auf verschiedenen Kundgebungen, die während dieser Demonstration stattfanden. Hat zum Beispiel auch die grüne Vizepräsidentin des Bundestages gesprochen, Katrin Göring-Eckert, der Juso-Vorsitzende, aber auch Vertreter unserer Partei neben mir, die Abgeordneten, deren Immunität aufgehoben wurde beziehungsweise gegen die bereits Verfahren eingeleitet wurden. Wir werden an dieser Position konsequent festhalten. Und im Unterschied zu Joachim Gauck bin ich auch der Meinung, dass das Verbot der NPD auf der Tagesordnung steht und unbedingt umgesetzt werden muss. Wir haben sicher verfolgt, die Bankenwerte an den Börsenlegen zu. Und damit weiß man auch, wer an der ganzen Geschichte momentan verdient. Die Börsen sind ehrlich. Sie zeigen an, wie die Realität ist. Die Verlierer stehen auch fest. Die Verlierer in Griechenland sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, sind die große Masse der Bürgerinnen und Bürger, denen nun die Lasten auferlegt werden, während die Besserverdienenden, die Bessergestellten, die Reichen in Griechenland nach wie vor ungeschoren bleiben. Ich möchte hier deshalb einen aktuellen Vorschlag wiederholen, den inzwischen auch Sima Gabriel aufgegriffen hat. Nämlich den Vorschlag, dass man Vermögenswerte in der Europäischen Union von griechischen Staatsbürgern über eine Million Euro, da erwischen Sie nicht den Fischer, dass man diese daraufhin überprüft, sind Sie auf legalen Wegen zustande gekommen oder war da Steuerhinterziehung im Spiel? Sie wissen, in Griechenland zahlen die Vermögen in kaum Steuer. Wenn es so ist und der griechische Staat dann die Möglichkeit hat, solche Vermögen zu beschlagnommen, um seine Schulden abzudecken, wäre das ein praktikabler Vorschlag, die Krise auf breitere Schultern zu verteilen und nicht nur die normalen Bürger dafür bluten zu lassen. Das griechische Modell, das Kaputsparen einer Erfolgswirtschaft, ist geeignet, dieses gemeinsame Europa zu zerstören. Es führt im Ergebnis dazu, dass sich die Leute in Griechenland die Geldbörse festhalten, wenn sie Europa hören. Und es führt auch dazu, dass sie inzwischen, wenn sie Deutschland hören, nicht gerade die besten Erinnerungen haben. Deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, um was es geht. Es geht in Griechenland um zwei Dinge. Das erste ist, Zerstörung des europäischen Sozialstaatsmodells. Wenn Tarifverträge außer Kraft gesetzt werden, wenn die Löhne dramatisch gekürzt werden, wenn die Rente dramatisch nach unten gefahren werden, wenn die Frage der Finanzierung des Gesundheitssystems für eine ganze Gesellschaft plötzlich in der Disposition steht, wenn die Frage auch der Bildung und der Finanzierung derselben nicht mehr gesichert werden kann, dann steht das europäische Sozialstaatsmodell zur Disposition. Und das ist das, was in Griechenland passiert und woanders ebenfalls praktiziert wird. Und das zweite große Problem, das besteht darin, dass unmittelbar demokratische Strukturen abgebaut werden. Ich halte es für absolut unakzeptabel, dass aus Kreisen der Bundesregierung, namentlich von Herrn Schäuble, die Wahlen in Griechenland infrage gestellt werden. Weil man möglicherweise ein Ergebnis erwartet, das einem nicht gefällt. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wenn wir in der Bundesrepublik den Griechen empfehlen, wann sie wählen und wann sie nicht wählen. Selbstverständlich heißt in einer Demokratie, dass die Bürger die Möglichkeit haben zu wählen, und zwar zu einem Zeitpunkt, den sie selber festlegen in ihrem Land. Und dann muss man mit dem Ergebnis leben. Das muss auch Herr Schäuble und das muss auch die Europäische Union. Ich halte das für absolut unverantwortlich, diese Frage in die Debatte zu bekommen, diese Frage der Wahlen überhaupt zur Debatte zu stellen. Und ich sage Ihnen darauf, da können Sie aber auch erkennen, wohin das zweite große Problem besteht. In einer Zerstörung demokratischer Strukturen in Europa. Wenn wir plötzlich in zwei Ländern Regierungschefs haben, die nicht mehr vom Volk gewählt sind, nämlich in Griechenland und Italien, wenn wir plötzlich Wahlen zur Disposition stellen, wenn ein Aufschall durch Europa geht, weil der ehemalige Ministerpräsident Papandreou Volksabstimmungen ins Spiel bringt und dann im Ergebnis natürlich auch noch sein Amt träumen muss, dann merken wir, es sind grundfesten demokratische Strukturen meines Erachtens in Gefahr. Und deshalb sage ich Ihnen, unser Weg besteht momentan darin, was wir tun als Linke, dass wir uns gemeinsam mit unseren Schwesterparteien in Europa darauf verständigen wollen, wir sind auf bestem Weg, das hinzukriegen, dass es vier Punkte gibt, die wir in ganz Europa gemeinsam vertreten werden. Die sind eigentlich ganz einfach. Der erste Punkt, das ist der, der mit den Banken zusammenhängt, direkte Finanzierung der europäischen Staatsschulden über die EZB, direkte Finanzierung, so wie das in Amerika, in Nordamerika, in den USA der Fall ist, so wie das in Großbritannien der Fall ist und andere Länder erfolgreich praktizieren. Und die weiteren drei Punkte, die sind von ganz besonderer existenzieller Bedeutung für die Bürger. Nirgends wird die Linke in Europa Rentenkürzungen zustimmen, Lohnkürzungen zustimmen oder zustimmen, dass der Sozialabbau diese Blüten treibt, wie wir das in diesen Ländern erleben. Eine Stimme für die Linke wird in ganz Europa eine Stimme sein für Erhalt des Sozialstaats, für Erhalt der Demokratie. Das ist unsere Botschaft, die wir gemeinsam versuchen. Es gibt eine entsprechende Erklärung, die wir vorbereiten, die gemeinsam von unseren Partnerparteien in Europa dann auch veröffentlicht werden. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Herzlichen Dank.